fit mach mit mit cargo fit mach mit mit cargo hallo und willkommen zu fit mach mit mit cargo heute machen wir ein fat burning für couch potatoes und dazu braucht ihr nur eine flasche cola und eine packung chips damit auch so einen traum body wie meiner einer ist bekommt und wir fangen auch schon gleich an mit einem kurzen warm up dazu kreisen wir unsere schultern nach hinten und nach vorne sehr schön und ein kurzer stretch zur rechten seite das tut richtig gut ein kurzer stretch zur linken seite ein stretch am boden locker easy genau ein stretch für die bauchmuskulatur super und dann kommen wir auch schon zu unserem hauptteil dazu braucht ihr nur eine flasche cola eine flasche cola dann legen sie sich auf ihre couch stellen die cola flasche neben sich ab und senken den oberkörper nach unten aha dann nach oben kommen ein klassischer sit up legen sich ein bisschen zur seite nehmen die cola flasche öffnet sie öffnet sie einen schluck hula flasche wieder hinstellen und oberkörper nach unten senken super für die geraden bauchmuskeln sowie für die schrägen bauchmuskeln bizeps trizeps werden wirklich gefordert vor allem für die damen natürlich ein schwachpunkt wiederholen sie diese übung 15 mal zu je zwei serien ihre bauchmuskeln und bizeps trizeps muskeln werden ihnen danken kommen wir gleich zur nächsten übung dazu brauchen sie nur eine packung chips vielen dank legen sie die chips packung zwischen ihre beine senken sie den oberkörper wieder ab und wir machen noch ein klassischer sit-up greifen in die packung chips nehmen und fassen sie rein super nächste übung back and lift ihr greift in die packung chips nehmt wieder chips und wieder nach oben wiederholen sie diese übung 15 mal zu je drei serien und sie werden diesen geilen traum body wie meine einer ist genauso bekommen und wir sind auch schon beim cool down dazu legen sie sich einfach auf ihr couch und zappen durch die programme richtig entspannen nach so einem work out ich empfehle euch dazu einen energy drink mit vitaminen und proteinen zero kalorien zero zucker zero vitamine und zero geschmack toll ja und das war es auch schon wieder von fit mach mit mit karo schalten sie auch nächstes mal wieder ein fit mach mit mit karo fit mach mit mit karo ja und für fortgeschrittene cool downer empfehle ich die chips packung oben auf den fuß hinzulegen und so richtig zu entspannen ja